Im Bowling Center Lava erleben Sie Momente voller Action und Spaß für jedermann. Egal ob Einsteiger oder ambizionierter Bowler, bei uns erleben Sie fröhliche Stunden. Mein Name ist Astia, ich bin 23 Jahre alt und die Geschäftsführerin in Lava. Wir haben täglich so um die 150 bis 300 Gäste, das variiert immer am Wochenende halt etwas voller. Das Besondere ist, dass ich mich auch speisen kann. Wir haben in Spanien, der Pasta, Pizza und Tapas anbietet, gleichzeitig die Bowling-Bahn und halt auch eine Event-Halle, die bieten werden kann. Im Event-Halle haben wir bis zu 700 Plätze, also es sind große Veranstaltungen da gemacht werden. Es ist eine große Bar voranziehen, die speziell im Hochzeitsbereich ist und auch noch mal eine Bühne. Platzmangel ist da auf jeden Fall nicht. Erstens halt die Arbeiter, also sie sind sehr offen, sie sind sehr freundlich, auch den Kunden dazu gehören und die Atmosphäre einfach bauen. Unsere computergestützte Anlage zeigt während des Spielverlaufs allen Spielern fortlaufend die Ergebnisse an und ermöglicht somit ein entspanntes Spiel. Wir haben eine Bar, da kann man alle Arten von Cocktails und Kaltgetränken bestellen, dazu auch kleine Snacks, Militze oder sonstiges. Ansonsten haben wir auch einen Spanier, der Pizza, Pasta und auch Tapas anbietet. Abends hin, wenn die Kunden es möchten, dann kann auch gerne mal die Lichter drin gedämmt werden und die Musik kann etwas lauter gemacht werden. Cocktails werden so oder so die ganze Zeit angeboten, also man kann bei uns auch feiern. Die haben unterschiedlich auf, also die reguläre Zeit ist von 16 Uhr bis 0 Uhr in der Woche und von 16 Uhr bis Open End am Wochenende. Wobei es, wenn es Reservierungen gibt, auch ruhig mal früher anfangen kann, also das ist gar kein Problem. Das ist aber sehr flexibel. Auf acht vollautomatischen Bahnen, die einen flüssigen Spielablauf gewährleisten, erleben sie Bowlingspaß pur. Man kann einfach Spaß haben und auch bei uns. Klimas, Atmosphäre, die Mitarbeiter sind sehr offen, wir sind sehr freundlicher und sehr herzlicher Betrieb. Warum nochmal zu uns kommen? Erstens wegen uns, wegen unserem Team. Zweitens, die meisten Leute kommen hier als Kunden rein und gehen als Freunde raus.